Wenn israelische Medien aus Gaza berichten, sieht man fast nur solche Bilder. Soldaten, die vorwärts stürmen. Soldaten, die erfolgreich die Hamas bekämpfen. Israelisches Fernsehen und Zeitungen berichten 24 Stunden, sieben Tage die Woche ausschließlich über den Krieg. Man sieht nichts von Gaza. Es geht nur um die Soldaten. Die tapferen Soldaten, die getöteten Soldaten, die Geiseln, die Familien der Geiseln und so weiter. Nichts über Gaza. Im Schnitt wissen die Deutschen in einem kleinen Dorf in Bayern viel mehr über Gaza als wir Israelis, die nur eine Stunde von Gaza entfernt leben. Und die verantwortlich sind für das, was in Gaza passiert. Und wir sehen nichts davon. Gideon Levi weiß, wovon er spricht. Er ist einer der erfahrensten Reporter in Israel und berichtet seit vielen Jahren für die Zeitung Haaretz. Einmal die Woche fährt er ins Westjordanland, um hier nach dem Unrechten zu sehen. Und davon gibt es viel. Diesmal sind es 700 Schafe beim kleinen Ort Musa'a, die den ganzen Abgrund des Nahostkonflikts aufscheinen lassen. So etwas wie Grenzen kennen die Tiere nicht und so sind sie unerlaubt auf das Gebiet einer jüdischen Siedlung geraten. Israelische Polizei hat die Tiere festgesetzt und verlangt nun im Auftrag der Siedlerverwaltung 150.000 Schäkel Strafe von den mittellosen palästinensischen Schäfern. Fast 40.000 Euro. Sonst werde man die Tiere beschlagnahmen. Wir kennen alle die Wahrheit. Es geht nur um eine andere Art und Weise, die Schäfer zu tyrannisieren, damit sie das Land verlassen. Im Schatten des Krieges in Gaza unternehmen die israelischen Siedler enorme Anstrengungen, um die Realität hier zu verändern, solange niemand zuschaut. Die Schäfer verstehen nicht, dass sie sich nicht in dem Land frei bewegen dürfen, das eigentlich ihnen gehört. Gestern war ich bei den Schafen. Ein Siedler kam zu mir und wollte auf mich schießen. Alles ist verboten. Es ist verboten, das Haus zu verlassen. Alles ist verboten. Wohin soll ich gehen? Die Menschen haben Angst. Angst. Mich persönlich werden sie fragen, weil ich mit ihnen, den Journalisten, gesprochen habe. Und man wird mich fragen, warum ich gesagt habe, was ich gesagt habe. Ich bin ein alter Mann, 65 Jahre alt. Ich habe keine Angst, dass sie mich ins Gefängnis stecken. Aber die Jugend hat Angst. Gideon Levy hat auch keine Angst. Was ihm Sorge macht, ist die Ignoranz seiner Kollegen. Es gibt ein Thema, das die israelischen Medien seit Jahren nicht behandeln. Und das auch noch freiwillig. Und das ist die israelische Besatzung. Und nicht, dass ihnen jemand befohlen hätte, nichts darüber zu berichten. Es ist nur, weil sie wissen, dass ihre Leser und Zuschauer es nicht sehen wollen. Es geht nur um kommerzielle Kalkulationen. Sie wollen es nicht sehen, also werden wir sie nicht nerven. Und auf diese Weise verraten sie die grundsätzliche Aufgabe eines jeden Journalisten, die ganze Geschichte zu erzählen. Wir erzählen nicht die ganze Geschichte. Levy hält mit seinen Berichten dagegen. Das macht sonst kaum einer. Denn gelobt wird man dafür nicht. Leute wie ich werden als Verrückte gebranntmarkt oder als Verräter. Nur wegen der Tatsache, dass wir über das Leben dieser armen Menschen berichten, die nebenbei gesagt definieren, was das Regime Israels bedeutet. Das ist kein Randgebiet hier. Das ist Israel. Das ist das wahre Israel. Ich sage immer, ich habe das Privileg, exklusiv zu sein. Ich bin immer exklusiv. Nein, im Ernst. Israel lebt in der Verweigerung. Und die Medien helfen Israel, diese Verweigerung auszuleben. Die Besatzung auszublenden. Gar nicht über die Besatzung zu berichten. Nichts. Und nun sieht man das Gleiche in Gaza. Tatsächlich berichten israelische Medien vor allem über den Vormarsch der Armee in Gaza, die gefallenen Soldaten, die Lage der Geiseln, den Kurs der Regierung. Durchaus kritisch und präzise recherchiert nur die Situation der Zivilbevölkerung in Gaza, die Folgen des israelischen Bombardements, der Hunger und das Leiden werden weitgehend ausgeblendet, anders als bei westlichen Medien wie CNN, BBC oder auch ZDF. Raviv Drucker, Moderator bei Kanal 13, redet nicht drum herum. Wir werden nicht die elenden Babys von Gaza zeigen, sterbend, verwundet oder verletzt und mit Blut im Gesicht. Wir werden nicht das Interview mit der armen Mutter bringen, die gerade ihr Baby verloren hat. Das alles werden wir nicht zeigen. So ist die Realität. Ich will versuchen, das zu erklären. Ich denke, es gab noch nie in der Geschichte Israels eine Zeit, zumindest während der letzten 50 Jahre, in denen die israelischen Medien so in die Pflicht genommen worden sind, um Israel zu helfen, den Krieg zu gewinnen. Doch was ist der Grund für diese Selbstbeschränkung, die flächendeckend fast alle israelischen Medien erfasst hat? Wir zeigen fast nichts vom Elend und vom Leiden in Gaza. Man sieht nur sehr wenig davon auf israelischen Bildschirmen. Zum Teil hat das technische Gründe, weil wir keine Reporter dort haben. Aber der andere Grund ist, dass die Leute es nicht wissen wollen. Und sie wollen es nicht sehen. Es ist nicht so, dass sie es nicht wüssten. Sie wissen es, aber sie wollen es nicht sehen. Sie betrachten das Ganze als wir oder die. Aber verstößt es nicht gegen journalistische Grundregeln, nicht über die andere Seite zu berichten, nicht über die Menschen in Gaza und nicht über die im Westjordanland? Zunächst mal in diesem Punkt haben sie zu 100 Prozent recht. Und dieses Verhalten ist völlig ungerechtfertigt. Ich habe auch keine Entschuldigung dafür. Aber jedes Mal, wenn wir eine Geschichte in meiner 40-minütigen Investigativsendung bringen, eine Geschichte über Fehlverhalten im Westjordanland, dann will das niemand sehen. Das heißt, frage ich, der wahre Grund ist, dass es kein Interesse der Öffentlichkeit dafür gibt? Sie langweilen oder nerven gar ihre Zuschauer, wenn sie solche Berichte senden? Es ist noch viel schlimmer als Nerven. Ich bin ein Quälgeist. Es belästigt die Zuschauer. Sie wollen es nicht sehen. Sie haben noch nicht mal die Energie, mich zu beschimpfen. Sie gehen einfach nur auf einen anderen Kanal oder lesen die Zeitung. Sie wollen einfach nicht mehr über diese Sache wissen. Der Journalist Ben Linfield kritisiert seit langem die schwarzen Löcher der israelischen Berichterstattung. Für ihn geht es auch um den Verfall demokratischer Werte. Unglücklicherweise haben die Menschen professionellen Journalismus den Quoten geopfert. Meiner Meinung nach sind es die Nachrichtenmanager, die entschieden haben, dass die Öffentlichkeit keine arabischen Zivilopfer im Fernsehen sehen will und dass das schlecht für die Quoten ist. Wir wissen aber gar nicht, ob die Öffentlichkeit das tolerieren würde oder nicht. Dennoch haben die Medienmanager entschieden, dass die Öffentlichkeit es nicht toleriert. Dass es schlecht ist für die Quoten und dass sie den Sender wechseln. Andere Beobachter sehen darin ein durchaus natürliches Verhalten einer Gesellschaft. Sie müssen verstehen, dass dieses Verhalten völlig normal ist. Wir wollen grundsätzlich im Fernsehen sehen, was unseren eigenen Leuten angetan hat. Unsere eigenen Brüder und Schwestern wurden abgeschlachtet und vergewaltigt. Sie wissen, das war schrecklich. Ich glaube nicht, dass sich eine Nation im Kriegszustand auf eine andere Art und Weise verhalten sollte, weil alles andere Selbstmord wäre. Auf palästinensischer Seite ist die Situation noch viel schlimmer. Von den Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober erfahren die Gäste in den Cafés von Ramallah wenig. Eine freie Presse gibt es hier nicht und der arabische Sender Al Jazeera berichtet einseitig bis unverhohlen als Propagandist der Hamas. Der Elektriker Anas Hamdam hält sich für gut informiert. Die Gewalt der Hamas sieht er zumindest teilweise kritisch. Ich bin gegen alles, was Zivilisten betrifft. Wenn es zu militärischen Aktionen kommt, habe ich kein Problem. Aber ich bin gegen alles, was gegen Zivilisten geschieht. Zivilisten haben damit nichts zu tun. Genauso wie wir Unschuldige in Gaza haben. Dort gibt es auch Zivilisten. Ich bin generell dagegen, Zivilisten anzugreifen. Doch angesprochen auf die systematischen Vergewaltigungen der Hamas wiegelt er ab. Nein, nein, das stimmt nicht. Die Israelis haben zunächst die sozialen Medien benutzt und diese Gerüchte verbreitet, um die öffentliche Meinung im Westen zu gewinnen. Doch dann wurde all dieses Gerede widerlegt. Sogar die Geiseln selbst sagen, es ist nichts passiert. Ein weit verbreitetes Urteil, obwohl die Beweise erdrückend sind. Es heißt, dass sie Frauen vergewaltigten. Aber ein Muslim vergewaltigt nicht, selbst wenn er seinen Feind bekämpft. Das ist Gesetz. Unser Prophet hat uns gesagt, du sollst keinen Baum fällen oder ein Gotteshaus abreißen. Und du sollst keine Frau töten. Dass angeblich nicht passiert ist, was nicht passieren darf, hängt nicht zuletzt mit der dominierenden Berichterstattung Al-Jaziras zusammen. Ein Interview mit dem ZDF lehnte der Sender ab. In der Wahrnehmung der Araber erkennen selbst palästinensische Meinungsforscher eine durchgängige Fehlwahrnehmung. Die meisten Palästinenser glauben nicht, dass die Hamas die Gräueltaten begangen hat, die sie begangen hat. Die große Mehrheit der Palästinenser hat die Videos nicht gesehen, die zeigen, wie die Hamas Gräueltaten in den israelischen Städten nahe Gaza begeht. Dennoch erachten die meisten Palästinenser Angriffe auf Zivilisten, Frauen und Kinder als Kriegsverbrechen. Und als Verstoß gegen internationales Recht. Sie glauben nur nicht, dass die Hamas so etwas getan hat. Diejenigen, die die Videos gesehen haben, die solche Gräueltaten zeigen, geben zehnmal häufiger zu, dass die Hamas diese Gräueltaten begangen hat. Das macht also einen Unterschied. Andere sehen darin ein weiteres Verhaltensmuster in der arabischen Welt. Das reflektiert ein viel tieferes Problem in der arabischen und in der muslimischen Welt. Man kann die eigenen negativen Seiten nicht im Spiegel betrachten. Sie glauben, dass sie ein Engel sind. Sie können keine Kriegsverbrechen begehen. Deshalb gibt es nur zwei Verhaltensmuster. Wir sind entweder die Guten oder wir sind die Opfer. Dazwischen gibt es nichts und das ist das Problem. Schlechte Voraussetzungen für die Kommunikation zweier verfeindeter Völker. Die arabische Welt von freier Berichterstattung weit entfernt, Israels Medien mit blinden Flecken. Die Medien auf beiden Seiten spielen eine negative Rolle. Anstatt die Menschlichkeit der anderen Seite zu betrachten, entmenschlichen sie die andere Seite. Gideon Levy sieht die größere Verantwortung dabei auf Seiten Israels. Die israelischen Medien haben den Ruf einer freien und demokratischen Presse, was bei den palästinensischen nicht der Fall ist. Sie sind nicht so frei wie unsere Medien. Deshalb ist unsere Verantwortung so viel größer. Und noch eines empört ihn ganz besonders. Es ist nicht so, dass wir eine Zensur hätten. Es ist nicht so, dass die Regierung, die Geheimdienste oder die Armee uns befehlen würden. Zeigen Sie das nicht. Es ist viel schlimmer als das. Weil es freiwillig ist. Weil alles nur darum geht, nur ja nicht die sensiblen Seelen unserer Zuschauer und Leser zu belästigen. Ich erinnere mich, wie wir über die russischen Medien gelacht haben, als sie über den Krieg in der Ukraine berichtet haben. Was für ein Witz von Journalismus. Israels Journalismus in diesem Krieg ist viel schlimmer. Warum? Weil wir es freiwillig tun. Sie haben das Putin-Regime, das sie nicht die Wahrheit erzählen lässt. Die israelischen Medien wählen, nicht die Wahrheit zu erzählen. Und in meinen Augen ist das viel schlimmer. Die Sache mit den Schafen konnte übrigens geregelt werden. Jüdische Menschenrechtsaktivisten zahlten die 150.000 Schekel im Voraus und lösten die Tiere für die Schäfer aus. Aber selbst von dieser menschlichen Geste zwischen Feinden erfuhren nur ein paar Leser eines einzelnen Journalisten.